Hallo und Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuer Rot. Ähm, haben wir mit dem schon gesprochen? Oh, du trägst den Feldorten, dann darfst du weitergehen. Demnach haben wir das noch nicht. Wir sind hier auf dem Weg zur Sieges-Arena, Siegesstraße. Das ist nur passiert, wenn du den Quellorten hast. Wunderbar, du trägst den Quellorten. Okay, setz den Weg fort. Okay. Das ist doch voll langweilig, das war doch... Ja, Donnerorten, das war doch mal interessanter aufgebaut. Und vor allem, warum sind die Tore so versetzt zueinander? Was ist hier? Achso. Du sagst, ich darf nur mit dem Farborden. Hab ich auch. Und natürlich brauch ich Surfer. Den werden wir noch gut leveln jetzt. Ist auch nichts passieren, Seelenorden, den trage ich. Lass mich durch. Können wir unter den Seelenorden hier eigentlich gar nicht surfen. Also nicht eigentlich, eigentlich und nicht. Wie wirst du es meinen? Das ist lächerlich. So. Ich hoffe doch, vor der Siegesstraße kommt nochmal ein Pokémon Center. Nach dem Kampf mit Kevin hätte ich gern noch einen Auszeit nochmal. Sumpforden habe ich auch. Wie gesagt, sonst könnte ich doch gar keinen Cypher benutzen. Was soll denn sowas? Dirk... Oh, natürlich. Und du, 32. Na dann. Zerstören. Moment mal. Jetzt ist das nicht richtig. So ist besser. So. Und du sagst dann natürlich der, ähm... Vokan. Ah ja stimmt, Vokan. Hab ich vergessen. Und wo ist Nummer 8? Wobei der steht ja so einsam. Tatsächlich was drin. Und bitteschön. Was passiert mit dem Erdorden? Auch den habe ich. Äh. Äh. Nee. Ich hab auch nichts dabei, was... Oder? Kannst du? Jetzt hab ich schon viermal rein und raus gewechselt. Ja, kann er. Das Ganze nochmal. Wie gesagt. Ich will da nicht durch. Ohne. vorher geheilt zu haben. Und ja, wie ihr auch gesehen habt. Ich hab immer noch nicht das gewünschte Elektro-Pokémon gefunden. Gefangen. Wie auch immer. Ich hab das Gefühl. Also ich hab's versucht. Wirklich. Aber ja. Ging nicht. Weil es nicht. Ich weiß nicht, ob es auf dieser Edition nicht vorkommt. Oder ob ich einfach nur unendliches Pech habe. Nach der Pokémon-Liga werde ich's nochmal versuchen. Da werde ich sowieso ne Trainingsphase nochmal einlegen. Wahrscheinlich. Und dann... Müssen wir mal schauen. So. Wenn nämlich jetzt nochmal alle vollquatschen, dass ich mit dem... Nee, tun sie nicht. Gut. Darf man sogar Fahrrad fahren. Cool. Was steht auf den Statuen? Indigo-Plateau. 20 Mal. Damit das auch jeder weiß. Und so durch da... Ach. Das wollte ich nicht. Kommt noch. Und rein. Oh. Ach. Wirklich. Welch furchteinflößender Gegner. Oh. Mir fällt gerade auf. Wir brauchen Indigo-Plateau doch bestimmt Stärke. Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube nicht, dass irgendwann das kann. Ich hab auch nicht mehr mal einen Plan hier liegen. Das ist schon wieder ewig her, wo ich den mal gemacht hab. Deswegen... Das ist genau das gleiche Feld. Ich dachte gerade, da kommt jetzt ein legendärer Vogel. Aber es ist ja immer ein Easy-Tag. Äh. Nein. Bitte nicht. Auch gleich Level 40. Das ist schon eine ganze Nummer härter als gerade eben. Was ist da los? Und bitte. Ich verstehe auch nicht, warum sie einen bis dahin Stück für Stück laufen lassen. Und dann sagen. Ähm. Übrigens. Hier darf es nicht weiter. So. Öffnen. Stärke. Ändern Tripper. Versuchen wir es mal. Was hast du denn überhaupt aufpasst? Ja. Würde ich sagen. Tauschen wir, ne? Gegen Schlitzer. Naja. Den. Das war ich aber manchmal so stolz auf Schlitzer. Ähh. Ähh. Toll. Scheiße Kabel. Müsste eigentlich nur alles nur Funk umrüsten, so viele Kabel, die ich immer hängen hab. So. Haltet mich für verrückt, aber ich hab keine Ahnung mehr, wie das hier geht. Nein! Ausbildet auch nichts. Ah, das ist der Schalter, wo der drauf muss, natürlich. Ja, dann nach einer Dreiviertelstunde habe ich es auch mal begriffen. Reicht das? Nein, das reicht nicht. Aber es reicht, um volle Leben zu behalten. Gesichte, super. So, dann ist die Rolle auch tot. Ah. Ja, manchmal bräuchte ich eine Facecam. So, jetzt einfach mal diesen blöden, das muss ja der sein. Felsen darunter schieben. Tripper setzt Stärke ein. Boom, boom. Das sieht immer so, als würde er den Kicken in Fußball. Natürlich. Natürlich ein Pokémon. Ein Onyx. Level 40. Ist das bedrohlich? Nein. Aber das ist schon mal gut, denn wie gesagt, wir können schon mal hier vorleveln, während wir den Weg nach oben tun. Ich werde dann auch nicht Lavados fangen gehen, da habe ich einfach keine Lust zu. Wir waren ja auch bei den Seeschauminseln nicht. Ich glaube, das sind Dinge, da muss man eigentlich, das muss nicht mehr sein. Vor 10 Jahren hätte man das vielleicht nochmal zeigen können, aber jetzt, ich bitte euch. Ihr werdet doch wohl alle wissen, dass da irgendwo da sind und ungefähr wie die aussehen. Und ich werde sie auch nicht benutzen, also was soll ich so sagen? Nein. So. Zu Gott. Versuchen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Nein, es bringt nichts. Super. Windschnitt. Schön. Sehr effektiv auch noch. Es ist anstrengend. Es ist sehr anstrengend. Es ist ja nicht, als wäre die Siegesstraße kurz oder klein oder so. Natürlich! Flügelschlag verwirrt. Ach nee, vor Verschöpfung. Okay. Dann ist das was anderes. Nee, das kannst du knicken. Dann sind wir weg. Auch cool, oder? Ne? Finde ich auch nicht. Alle zwei Schritte wieder. Und wir wissen noch, was das für Pokémon sind. Ich bin ja versucht, den Schutz zu nehmen, aber ich hätte gerne die Erfahrung, die wir dadurch kriegen. Zwiespalt. Hatte das jetzt gereicht? Ich weiß nicht mehr. Brauchen wir zwei? Es reicht tatsächlich einer. Diese billige Popel-Attacke. Unglaublich, dass wir lang vorankommen. So Stein, was mit dir? Natürlich bringst du mir nichts. Du bist nur für einen eventuellen Rückweg. Ja, 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 Pokémon, Pokémon. Gute Nacht. Sie waren ein tolles Popel-Kommen. Und natürlich, ja, geräuschvoll und es ist wieder ein Zubat. Glaubst du etwa, du kannst es mit mir drauf nehmen? Ja, jetzt kommen nur noch diese Ast-Trainer. Wenn ich mich nicht irre, haben die aber immerhin mal Variationen in ihren Pok- Naomi. Und nicht immer nur gleiches Element alles. Die Frau scheint gut zu sein. Finde. Tadaa. Dann können wir arbeiten. Zahltag. Es liegen Münzen herum. Oh. 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 Und den Rest. Das Finisher setze ich dann mit Giger-Sauger. Na los. Ich hoffe, das ist der Finisher. Ja. So, was hätten wir denn da als nächstes? Ein Ponita. Ja, ne, da möchte ich wechseln doch. Das ist Rübe ja geringfügig im Nachteil. Na oben. 42. Ja, das zieht sich dann so durch. Aber wie gesagt. Die haben wenigstens mal vernünftige Element-Verteilung. Wie jeder normale Mensch das hat. Nee. Deswegen sind das wahrscheinlich auch die Ast-Trainer. Ein Galopper hinterher. Habe ich den Mund doch zu voll genommen? Sind es doch nur Feuer-Pokémon? Alle weg, den Surfer. Alle weg. Na, das hat nicht gereicht. Tut das weh, das geht. Ich habe ein Wasser-Pokémon, was nur eine Wasserattacke kann. Pals. Ich bin der Fall. Pals. Wullpigs. Das sind doch nur Feuer-Pokémon. Ich nehme alles wieder zurück. Das sind nur Feuer-Pokémon. Am Arsch-Ast-Trainer sind cool. Ich hoffe, das sind nicht viele Feuertrainer, also Ast-Trainer, Feuer-Pokémon. Dann habe ich nämlich ein Problem. Aber warum hat sie denn jetzt eine Billig-Capt? Das passt doch gar nicht da rein. So, die jungen Toink-Tot. Ein Volltreffer ist. Schön. Ich musste gerade oben in die Ecke gucken, bisschen erschrocken. Ich war mit dem Trist, ob die Aufnahme läuft, aber tut sie. Zum Glück. So. Da oben ist ein Item. Item. Zwei Item. Ich darf mir eins aussuchen. Schön. Aber wie soll ich denn an das oben rankommen? Da kommt man ja gar nicht ran. Doch, wenn man durchschiebt. Natürlich ein Pokémon. Natürlich. Aber es ist ja nicht so, als würden wir in einem Land leben, in dem Safes jetzt an Bäumen wachsen. und deswegen werde ich mir gleich mal angucken, welches der beiden Gegenstände, welcher der beiden Gegenstände besser ist. Das könnte wehtun. Das könnte wehtun. Ich könnte. Und das reicht natürlich nicht. Das tut schon mehr weh. Aber es ist immer noch lächerlich. Ich weiß ja nicht, warum die wilden Pokémon einem angreifen. Ich habe dir noch nichts getan. So. Einen können wir ja machen. Und dann... Warte. Und ich weiß nicht mehr, welche Taste das war. Ich muss das jetzt über das Menü machen. Save. Nein. Nicht so. Save State. Drrrdrdrdr. Save Game. Shift. Gibt es dich auch noch in normaler? Nein. Jetzt komm. Oh Mann. Ich hasse das, wenn er dann auf einmal Frames durcheinander bringt. Das ist ein Drachenklaue. TM2. Ansonsten hätten wir da zur Auswahl... Einen Sonderbonbon. Dann nehme ich doch eher einen Sonderbonbon. Was soll ich mit Drachenklaue? Ist das schön, die TM? Aber die bringt mir nichts. Sonderbonbon kann ich zum Schluss noch einwerfen. Hat er mich gesehen? Wer bist du? Ich glaube, du bist gut. Gut genommen, mich zu schlagen. Da gehe ich mal von aus. Wobei, wenn ich mir überlege... Nepomuk. Astrina Nepomuk. Astrina Nepomuk. Ach. Ach.